Ich will euch mal Spenzelhild erklären. Wir fangen an mit dem hohen D. Wir halten die unteren fünf Löcher zu. Dann kommt das hohe C. Wir halten die unteren drei Löcher zu. Das Cis ist das. Dann das H, das erste Loch. Dann das E, fünf Löcher von oben. Das H, das erste Loch. Das Cis, wieder drei Löcher von unten. Das H, das erste Loch. Das A, zwei Löcher. Das F, vier Löcher. Und das D, alle sechs Löcher. Dann das E, fünf Löcher von oben. Das E, vier Löcher. Das A, zwei Löcher. Das E, fünf Löcher. Das tiefe D, sechs Löcher. Und das tiefe E, fünf Löcher von oben. Dann kommt wieder das H, das erste Loch. Und noch einmal. Das hohe E. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Zweimal. Dann das F. Dann das F. Das hohe, vier Löcher von oben. Überblasen. Das G, fünf Löcher. Überblasen. Und noch einmal das F. Und das hohe E. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Dann wieder das hohe D. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Dann wieder das H. Das H. Ein Loch. Das Cis, drei Löcher von unten. Dann das hohe D. Fünf Löcher von oben. Das hohe E. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Das hohe D. Fünf Löcher von unten. Überblasen. Das Cis, drei Löcher von unten. Überblasen. Das H. Ein Loch. Und das A. Zwei Löcher. Dann wieder das A. Zwei Löcher. Das H. Ein Loch. Das hohe E. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Zweimal. Das F. Vier Löcher von oben. Das G. Drei Löcher von oben. Das F. Vier Löcher. Und das hohe E. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Und das hohe D. Fünf Löcher von unten. Überblasen. Das H. Ein Loch. Das Cis, drei Löcher. Das hohe D. Fünf Löcher von unten. Überblasen. Das E. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Das hohe D. Fünf Löcher von unten. Das Cis, drei Löcher von unten. Das H. Ein Loch. Und das A. Zwei Löcher. Und dann kommt wieder das hohe D. Fünf Löcher von oben. Überblasen. Das Cis, drei Löcher. Überblasen. Das H. Ein Loch. Das E. Zwei Löcher. Äh, fünf Löcher von oben. Normal. Das H. Ein Loch. Das Cis, wieder drei Löcher von unten. Überblasen. Das H. Ein Loch. Das A. Zwei Löcher. Das E. Vier Löcher. Und das tiefe D. Alle sechs Löcher. Das E. Fünf Löcher. Das E. Vier Löcher. Das A. Drei Löcher. Äh, zwei Löcher. Dann das E. Vier Löcher. Das E. Fünf Löcher. Das D. Fünf. Äh, sechs Löcher. Alle. Und das tiefe E. Alle fünf Löcher von oben. Normal. Ganz, ganz viel Spaß beim Üben. Und Tschüss. Das E. Vier Löcher.